Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und sag zu Bethlehem, mein Kinderlein, das bin ich froh. Bin ich froh, 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 wenn die Kamus Domino, wenn die Kamus Domino. Er sagt, es soll geboren sein, so wie Bethlehem, mein Kinderlein, das bin ich froh. Bin ich froh, 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 wenn die Kamus Domino, wenn die Kamus Domino. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet, doch all zur Krippe herkommen. In Bethlehem stand und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater in ihm für Freude und Macht. Oh, sehe, da liegt es auf Heu und auf Schmuck. Maria und Josef betrachten es froh. Die reglichen Hirte, die beten noch vor. Hoch, hoch, oben steht Bluwe, der Engel am Chor. Ach nein, ach nein, wir müssen fort. Wir haben ein kleines Kindchen dort. Ein großer Gott, ein kleines Kind, der alle Dinge erschaffen hat. Die Weihnachtszeit, fröhliche Zeit, jetzt ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit. Jetzt ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit. Hoch, nur der Alte, flopft draußen ans Tor. Mit seinen Schimmelchen steht er davor. Mit seinen Schimmelchen steht er davor. Leg ich den Schimmelchen heut vor das Haus. Pack gleich der Ruprecht, den großen Sack aus. Mantelkuchen, Äpfel und Mandeln, alles das schenkt er den artigen Kind. Alles das schenkt er den artigen Kind.